Volle Power für Sie! Mit der BMW Chargingkarte oder dem BMW Chargingvertrag in Ihrer MyBMW App laden Sie Ihren Plug-in-Hybrid oder vollelektrischen BMW in einem der größten Netzwerke für öffentliches Laden. Und so einfach legen Sie Ihr BMW Chargingkonto an. Ihre BMW Chargingkarte erhalten Sie mit Ihrem neuen vollelektrischen BMW oder Plug-in-Hybrid BMW. Starten Sie die Registrierung direkt in Ihrer MyBMW App mit einem verbundenen BMW. Wählen Sie Unterwegs laden und dann BMW Chargingkonto, um die Registrierung für BMW Charging zu starten. Kurz zustimmen und schon werden Ihre Basisdaten für eine nahtlose Nutzung übermittelt. Das System erkennt Ihren BMW automatisch und sucht direkt nach verfügbaren Vorzugspreisen und Sonderangeboten. Das zahlt sich direkt aus. Attraktive, feste AC-DC-Gebühren erwarten Sie im Active-Tarif. Fehlen nur noch ein paar persönliche Daten. Perfekt. Weiter geht's. Wählen Sie Ihren Kontotypen und geben Sie Ihr bevorzugtes Zahlungsmittel an. Fast fertig. Verknüpfen Sie nun Ihre BMW-Ladekarte mit Ihrem neuen Konto, um es zu aktivieren. Geben Sie dazu den RFID-Code von der Kartenrückseite ein. Noch mal alles checken. Sieht gut aus. Und noch besser? Für Ihren neuen elektrischen BMW zahlen Sie die ersten zwölf Monate keine Grundgebühr. Ein super Deal. Passt alles? Dann bestätigen Sie die Vertragsaktivierung. Etwa eine Stunde nach der erfolgreichen Aktivierung können Sie Ihre BMW-Ladekarte oder die MyBMW-App nutzen, um sich an den meisten öffentlichen Ladestationen zu authentifizieren. Nach 24 Stunden stehen Ihnen alle Ladepunkte im BMW-Charging-Netzwerk in ganz Europa zur Verfügung. Übrigens, mit Klick auf BMW-Ladevertrag in der MyBMW-App können Sie ein Dashboard mit Ihren öffentlichen Ladedaten checken und Ihr Konto verwalten. Sehen Sie sich weitere How-To-Videos an, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Also, mit Klick auf dem, mit Klick auf dem, mit Klick auf dem.